Für die einen sind Haustiere vor allem dafür gedacht, dass sie Gesellschaft leisten und in guten sowie schlechten Zeiten Trost schenken. Andere scheinen sich einfach in den süßen Anblick der Kleinen verguckt zu haben. Egal wie man es dreht und wendet, auch Tiere sind Lebewesen, die mit Respekt und Liebe behandelt werden sollten. Das russische Instagram-Model Elena scheint sich aber ein wenig zu sehr mit ihren Vierbeinern beschäftigt zu haben. Stolz postet sie ein Bild von ihrer Katze, auffällig ist vor allem ein Motiv auf ihrem Oberkörper. Sie hat ihr tatsächlich ein Tattoo stechen lassen. Dass sich die Katze diesen Quaden freiwillig ausgesetzt hat, wagen wir zu bezweifeln. Auch Nutzer im Netz kritisieren die Frau für diese Aktion. Wenn man bedenkt, welchen Schmerzen das Tier ausgesetzt gewesen sein muss, kein wirkliches Wunder. Schmerzen sich auch an, das Karten zu haben. Hier ist es noch ein paar Tage lang. Und da ist es noch ein paar Tage lang. Ich bin einschüge. Seine Zeit. Und das ist noch ein paar Tage lang. Wir rekenen, wo sie mit den Zingern kommen. Ich bin einschüge.